Das ist euer Schiff und das ist jetzt zu einem traurigen Video und zwar geht es heute in dem traurigen Video darum, dass es das letzte Mal, wo ich so ein Video raushaue. Ich habe es schon im letzten Video gesagt, aber da wusste ich es ja noch nicht. Und zwar verabschiede ich mich von den ganzen Orten, wo die ganzen Bosse waren. Dies ist ein Verabschiedungsvideo an die ganzen Orte. Und zwar, Freunde, sorry, dass es so leckt. Und zwar stelle ich mich hier hin. Tschüss, der Grotto. Vielleicht sehe ich dich nächste Season wieder. Dann fliege ich jetzt direkt zu Muskelkater, also Beute. Ich weiß, ich bin hier in der Usinnikam von Bosse nicht. Aber ich mache es halt ohne die Bosse, die ich einfach habe, dass ich gepflegt werde von dem. Von von Miezi Katze nicht. Und zwar dieses Video wird einfach das traurigste Video aus der Season 2. Weil morgen befinden wir uns, wie ich gesagt, in der Season 3. So, hier bei der Miezi Katze angekommen. Dann fliege ich jetzt direkt zu The Rick, wo sie in Tina ist und verabschiede mich dort. Von der Rick auf fliege ich dann zu Schad und von der Schad fliege ich zur Jacht. Und von der Jacht fliege ich zur Tanzstelle da. Nee, da fliege ich direkt dahin. Also, Freunde, haben wir schon ein Programm. Wenn ihr neu seid, könnt ihr mich gerne abonnieren und die Klocke anzuwählen, wenn ihr neu seid. Das würde mich sehr, sehr freuen. Was mich auch sehr freuen würde, ist, wenn ihr einfach in Fortnite-Altern-Shop klickt und der Krader-Code-Zugie eingeht. Du wisst es, das ist nicht mein Krader-Code, sondern der von Lama. Also, alle Links sind dazu wieder in der Videobeschreibung. Dann sind wir jetzt auch schon gleich bei The Rick angekommen. Bei, ich weiß, muss auch noch was dazu sagen, weil zu The Rick... Und zwar verabschiede ich mich von euch, sondern mit euch bei diesem Ort. Und zwar... Ja, ich weiß, aber pssst, ich bin hier nicht. Und zwar Freunde. Brauche ich mich dann mal kurz hier raus und stelle mich dabei zu der Fliegerstelle hin. Das wäre es jetzt gewesen. Ich fliege noch ein paar Auseinander. Und zwar Tia und Tina. Obwohl du jetzt hier nicht da bist. Ich verabschiede ich mich trotzdem von dir. Du hast die The Rick auseinander, sag ich mal, gemacht. Hier sieht man es auch auf der Minimap. Du warst uns immer treu mit einem mythischen Boom-Bogen. Vielleicht hast du nächste Season mythische Lenk-Raketenwerfer. Oder Raketenwerfer. Aber wer weiß, jetzt fliege ich direkt mit euch zu der Schad. So Freunde, das ist einfach ein trauriger Moment. Ich weiß nicht, dass ich das momentan habe, dass ich das kreifen kann. Weil... Das tut uns im Herzen weh. So was. Ohne, ihr wisst es, wie schlimm das ist. Guck mal, jetzt ist das. Meine... Meine Letzterheit ist bei der Agentur. Nur Freunde, dann liegt es. Die Lüge wird halt jetzt länger, aber das ist aber auch ein fertiges Video an die ganzen Bosse. Hallo. Vielleicht haben wir paar Beine Scharke. Ich kann nicht mal den Scharke, sondern... Sie... 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 Ist... Auf Englischen betontet das Geld, dass... Die Agentur zählt, bei sie. So, dann haben wir die Flasche noch nicht zu schießen, also morgen, anders da. So, LeShark. Die Stämme ist hierhin. Tschüss, LeShark. Du hast uns immer gut beschert mit deiner... Mit deinem Grappler, dem mythischen Grappler. Und mit deiner mythischen Grappler. Danke, dass es dich gegeben hat, mythische Grappler. Vielen Dank. Und jetzt fliege ich an ihm direkt zu Deadpool, um mich bei ihm zu verabschieden. Und Freunde, wie ist es bei euch? Ist es schwer? Gut, bald zu sein zu den nationalen Bossen, oder? Ich bin froh, dass die Bossen weg sind. Schaltet mir gerne mal auf und in die Kommentare rein. Mich würde das schon interessieren. Ich sag jetzt, das ist das letzte Video, wo ich auf meiner Playstation aufgenommen habe. Aber heute Abend kommt wahrscheinlich noch ein Video. Vielleicht auf dem PC, wo ich uns die ganzen Kiefer zusammenfasse. Da muss ich nicht extra immer ein einzelnes Video machen. Und dann passt ich zu einem Video dann um. So Freunde, wir treffen uns jetzt bei Deadpools, ja. Dies ist die vorletzte Halbstelle, wo wir uns dann anfliegen werden. Bitte verabschieden Sie sich von Deadpools, ja. Die Idee hab ich mir selber ausgedacht, weil ich hab gedacht, ich kann mich ja vielleicht mal verabschieden oder so von den ganzen alten Orten. Was wir jetzt wissen, dass viele gar nicht mehr wissen. Und zwar, die Katze war hier. Da ist das immer der Boss. Und zwar, ich verabschiede mich von dir und die Yacht. Du warst immer ein treuer Ort mit der Katze und dir ist mit Deadpool. Obwohl Deadpools Waffen rot sind. Trotzdem danke, dass es dich gegeben hat, die Yacht. Nächstes Verabschiedungsort, die letzte Verabschiedungsort ist natürlich die Agentur, wo gestern das Event war. Und zwar, Freunde. Ich hab draußen, ich weiß. Aber, Freunde. Glücklicherweise ist morgen ja schon die neue Tiefen. Ich weiß ja ein und ein, das ist blöd, weil so wie ich, ich hab Schule. Und gar nicht mit euch da immer, oder gar nicht mit euch bei Twitter. Ich kann Sachen pauschen, aber dafür mache ich das dann heute Abend. Deswegen, zu Twitter, natürlich in der Videobeschreibung. So wie sonst auch alles andere, Freunde. Weil, ja. Ja, die Agentur sieht heute noch so aus wie da, aber... ...und dann so aus wie da auch ein paar Videos. ...und dann so aus wie da auch ein paar Videos. So, die Agentur. Also, die Agentur. So, die Agentur. So, die Agentur. Ich verabschiede mich von dir. Du warst unser troller und cooler Ort mit Midas. Mit einem mythischen Drum Gun. Und auch Tschüss an alle Tresorkarten, die es bei jedem Ort gibt. Auch hier bei der Katze. Dann würde ich sagen, war's das mit dem Verabschiedungsvideo. Ich würde sagen, dass wir uns vielleicht heute Abend noch mal sehen. Beziehungsweise hören auf dem PC, wenn ich euch die ganzen... ...die kompletten Teaser zeige. Ciao, ciao. Ciao, tschüss. Und bis zum nächsten Mal, Freunde. Ich fahrt ihr euch auch erstmal noch von den ganzen Orten. Tschau, tschau, tschüss und bis bald.